Die Vitalwelt Hausrug News Das Batschallerbacher Marktfest steht wieder vor der Tür. Uschi, wann genau wird dieses Fest stattfinden heuer? Heuer findet es wieder statt von Freitag, den 16. August bis Sonntag, 18. August. Welche Höhepunkte wird es heuer geben bei eurem Marktfest? Ja, wieder viele. Angehend wird das Ganze wieder am Freitagabend um dreiviertel sieben mit dem traditionellen Festbieranstieg durch den Herrn Bürgermeister Baumgartner Gerhardt. Anschließend Freitag wie Samstag tolle Tanzbandspielen auf. Am Samstagabend ab 18.00 Uhr ist der Charlie wieder in Aschauers Garten. Frühschoppen gibt es Samstagvormittag ab halb 10.00 Uhr und Sonntagvormittag ab halb 11.00 Uhr wieder in der Badstraße. Gibt es auch für Kinder? Ja, für Kinder Kinderschminken. Für Kinderschminken ist gesorgt und Kinderkarussell. Und was gibt es heuer erstmalig? Erstmalig sind die Hubschrauberflüge, die werden angeboten. Die sind Start und Ziel ist beim ehemaligen Wasserkeim. Ein weiterer Höhepunkt ist der Zwischenstopp der bekannten Oldtimer Rallye des Maserati-Pfarrers von Meckenhofen. Es kommen ca. 180 Oldtimer-Autos und 20 Motorräder nach Batschallabach, die in der Chris-Kirchner-Straße Aufstellung nehmen werden. Der Herr Willi Langella wird mit seinem Fachwissen durch das Programm führen. Die Vitalwelt Hausrug organisiert eine Labstelle für die Oldtimer-Fahrer. Gleichzeitig wird auch ein Informaterial über die Vitalwelt Hausrug verteilt. Für Stimmung durch Langellas Band und das leibliche Wohl der Besucher ist natürlich auch gesorgt. Ja, dann wünsche ich euch viele Besucher und schönes Wetter bei eurem Marktfest. Und alle Oldtimer-Liebhaber auf nach Batschallabach am Samstag, den 17. August, ab 15 Uhr. Die Batschallabacher Einkaufs- und Erlebniswelt freut sich auf euren Besuch. Auch in Haag am Hausrug wird heuer ein Marktfest stattfinden. Herr Bürgermeister, wann genau? Das Haager Marktfest 2002 wird vom 2. August bis 4. August stattfinden. Welche Höhepunkte wird es in diesen Tagen in Haag geben? Am Freitag werden wir unsere Betriebe einladen, den neuen Marktplatz zu besichtigen. Es gibt die Möglichkeit, dass sich die Betriebe selber vorstellen, die an der Peripherie von Haag sich angesiedelt haben. Am Samstag ist der Tag der Vereine des Sports. Es gibt zum ersten Mal den Haager Marktlauf. Vier Runden A2 Kilometer, Acht Kilometer. Und wir sind alle schon ganz neugierig, wer erster Haager Marktlaufmeister wird. Und worauf wir uns auch schon sehr freuen, wir werden alte Filme von Haager Vereinen, zum Beispiel von der Feuerwehr, von den Badefesten, wiederum an die Leinwand bringen. Und ich glaube, das weckt das Interesse vieler Haager. Am Sonntag, den haben wir den Tag der Region genannt. Wir gehören ja der Liederverbandsgruppe Hausrug an. Und da haben wir alle versprochen, die hier drinnen sind, alle 22 Bürgermeister der Hausrugregion, mit einem Standerl auf den Haager Markt zu kommen. Wir haben es genannt, die Mini-Ortsbildmesse für das Hausrugviertel. Und neben der Mini-Ortsbildmesse am Sonntag gibt es dann die feierliche Eröffnung des Marktplatzes. Und am Nachmittag, und da hoffen wir auf viele, viele Besucher, probieren wir einen Festzug aus. Und der heißt, die Geschichte des Straßenverkehrs am Beispiel des Haager Marktplatzes. Wir haben die Römer aus Bramengeladen, die haben wir vor kurzem im Fernsehen gesehen. Wir haben das Frankenburger Würfelspiel aus der Liederregion herüber. Wir möchten alle Personen, die historisch durch Haag gezogen sind, darstellen. Und so möchten wir auf diese Art und Weise Geschichte lebendig machen. Und wenn dieser Teil der Geschichte vorbei ist, kommt der motorisierte Teil der Geschichte. Dann kommen Oldtimer, dann kommen alte Motorräder, dann gibt es einen Puch-Moped-Club. Dann kommen alte Trakturen. Wenn das Wetter passt, dann wird das eine tolle Sache. Und ich möchte alle Hörer und Seher von HT1 einladen, aus der Region, aus der näheren und weiteren Region, am 1. Augustwochenende Hagamhaushock einen Besuch abzustatten. Ja, also auch in Hagamhaushock ein großes Fest. Ich wünsche Ihnen natürlich auch schönes Wetter und viele Besucher und sage Danke fürs Kommen. Danke fürs Gespräch. Die Vitalwelt Haushock News Die Vitalwelt Haushock News